Nach dem letzten Europäischen Krieg sollten sie ihre Heimat verlassen, um den Raum für die Realisierung der Idee der Volksstaaten zu geben. Bei vielen von ihnen starb aber die Erinnerung an die alte Heimat nie und trug auch die nächsten Generationen über. Die Nachkommen von den Ausgetriebenen, wie auch Albert, gingen nach dem Jahre 1990 nach dem Fall des Kommunismus ihre uralten Wurzel zu suchen. Ihre Philosophie, gleich wie bei den vielen Generationen vorher, ist Überleben damit, was sie zur Verfügung haben. Die Fräulein und die Erinnerung, die die Erinnerung der Vögel sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020